so aber egal ich nehme weiter auf weil jetzt wie gesagt jetzt wird er wahrscheinlich nicht wieder verschwinden ist nämlich in meinen high power high power wireless usb adapter 1 25 63 135 er kann uns auch muten das ist nicht sein problem ja jetzt nicht auch irgendwelche bücher versteckt oder so ne ein du brauchst du kannst du kannst aus steinen oder dort bücher machen ja nicht ganz aber ich wollte das diamanten gefunden oder jan es wir haben einen auftrag was geht auch ja es gibt das schief als wenn ich jemand anderen diamanten hinschmeißt habe ich gehört habe ich auch gehört sie werden auch ins zentrallager gebracht da waren auch im diamanten noch drin ich wollte aufpassen es gibt hier vielleicht banditen das lassen wir lassen wir eben hier ein paar diamantschwerter machen ganz böse banditen da sind die ganz schlimm ich will dich mit eiern abwerfen wo bist du ich werde jetzt schaufeln tun ha 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 pepi ich habe noch eine andere gefunden Timo keine diamanten mehr abbauen mit einer spitzsack ich habe hier fort schon ein paar diamanten die Timo gefunden hat ich meine sie sind im zentrallager darf sie doch hier noch nicht Timo keine diamanten mit einer spitzsack mehr abbauen ich habe nämlich jetzt hier einen fort schon zwei als mehr diamanten okay das ist nicht mehr im zentralen lager was ich müsste hier meinen gang lang gegangen ein bisschen verschoben das schlag also keine diamanten mehr von mir bescheid sagen okay hast du noch schaufel und so ja nicht so wirklich auf jeden fall hier hinten kommt man nicht allzu weit da hinten ist nämlich ja nicht so schlimm wir haben ja noch was muss man den fischern noch mal geben damit die glücklich damit die den fischern kannst du bitte etwas genauer sagen schafen und hühnern beide beiden bei beiden geht es nicht mit hühner zusammen genau scharfen musst du glaube ich ja und haben wir noch nicht so viele scharfen der karotten oder weizen geben ich ganz sicher dann pflanzen mal wieder welche an ich hab schon wieder Diamanten gefunden Timo das ist für mich selbstverständlich hübschlein ich muss mal kurz bei Schiffmanns gucken okay wir haben trotzdem nicht viele sind trotzdem nur 13 ich hab welche ne ich muss ein eisening jetzt schmelzen damit ich das Diamant Schiffmanns bekommen kann ich hab übrigens jetzt gerade zwölf diamanten im Winter ist er wieder weg ach ey unprofessionell ja was ein loser mit dem Frottinternet hä wieso ich bin doch da so aber du warst einfach kurz weg nein äh doch du hast deinen Satz begonnen und dann nicht beendet ja das ist normal das ist nicht das Internet das ist doch nicht das Internet das war bestimmt ich so kommst du aus version offen das ist wirklich manchmal so Peppy fängt einen Satz an und hört ihn irgendwann einfach so auf als ob er noch nicht Ende ist ja manchmal mach ich sowas manchmal du wartest du auf das Ende es kommt nix das gibt's auch ja ich hab gehört das soll eine ernstzunehmende Behinderung sein ja ja weil jetzt bleiben jetzt vielleicht nicht da ist sowas normal äh wollt ihr auch mal schlafen gehen? ne ich bin eine Miene doch scheiße wenn hier ein Viech reinkommt dann bin ich am Arsch wir gehen jetzt schlafen an ich bin gerade nicht ich bin auch in der Miene wir brauchen noch einen Moment wir sind gleich fertig springt in Lava denn dann verdiene ich mal 12 Diamanten ja und die müssen sowieso ins Neutrallager Timo du hast keine Motivation sie zu behalten komm schon schubst Peppy in Lava und ich spring da nachher daher ich hab 12 Diamanten im Inventar Timo kill Peppy und dann kommt er unten ich hab 6 und ich hab ne Rüstung an ich glaub Timo nicht oder? ne Timo hat aber Kampfschuld da kann keiner damit kommt er aber nicht gegen meine Rüst meine Eisenrüstung und mein Eisenschwert an mit seinem Eisenschwert und keiner Rüstung wenn er seinen Feuerfall auf nichts wirft oh mein Eisenschwert ist fast kaputt ne meins auch aber das ist ne andere Sache ich hab nämlich noch ne mhm ja mein 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 ähm ich hab noch ne Eisenachse die macht fast genau so viel Schaden wie mein Schwert ich leg mich jetzt übrigens wirklich mal schlafen weil ich grad halb fertig bin und ja ich bin grad am Ende des Ganges ja ich bin grad zurück gewesen deshalb leg ich mich jetzt sobald ich dann bei meinem Bett ankomme hin und da arbeite ich lieber die Nacht durch ich leg mich jetzt ich hab vergessen einen Baum zu pflanzen einen einzigen das kann doch nicht angehen wer atmet wer ist also wer ist bitte wer atmet denn hier so genau in sein Mikrofon rein nix muss normal nicht aber mein Mikro ist zu weit weg Janis also ich liege du kannst auch kurz vom Server gehen das geht auch ich bin oben warte doch mal oder leg dich hin ja ist ja egal so wer liegt jetzt noch nicht du ich bin okay jetzt liegen alle verladen nicht mehr ich auch nicht hier auch nicht mehr ich glaub schon wieder ich würde ja auch Timo Timo was wird mit Timo machen ja Timo war ganz vor mir und du solltest mir die Diamanten geben falls er stirbt dass die ja nicht ganz verloren sind der Plutio unten in die Kiste rein und sind sie auf Kisten also brauchst du keine Angst haben die sind schon sicher die ist ja da dann die sind die sind die sind und die die sind die sind ich nehme auch noch mal das deck mit runter ich habe auch ein eisen hier unten schon gebrannt es ist aber auch nicht ja das haben wir kriegen ja unten kabel her ein bisschen ganz ein bisschen hallo jannis willst du gleich mit mir da hingehen da wo ich war ja ich habe das wasser vergessen und hast du mal dabei eine Eimer gibt es im Zentrallager gibt es auch in meiner Kiste die gleich daneben ansteht das geht auch so wieviel ich es heute schon aufgenommen habe im Moment ist unbekannt das ist ein paar Sekunden lang Jolo du bist nur scheiße ich habe kein Wasser ich habe das Wasser oben vergessen ja ich muss sagen bis jetzt war die Diamantenmine echt erfolgreich die ist auch an sich sehr ertragreich wie meinst du auch alles andere ja kabel vor allem ja da ist sehr ertragreich drei eisen nicht so stark eisen findest du mehr wenn du eine höhenerkundungstour machst ich glaube jetzt dann auch bei Kohle könnte es etwa gleich sein Kohle habe ich noch gar nicht gehabt ich schon ich habe nur Eisen ich habe ständig Eisen hier ich nicht ständig Eisen und ich hatte bis jetzt noch auch jetzt habe ich einmal Eisen was wir auch immer machen müssen ist so eine Enderman XP Farm bauen dann musst du da musst du irgendwie eine Minute dahin gehen hast 30 Level dann wieder eine Minute wieder 30 Level das ist glaube ich eine sehr ertragreiche XP Farm ja sowas kann man immer brauchen wäre der Fluss hier größer wäre es ja echt geil das immer zu fluten ja wenn es so ein Meer oder so wäre dann müsste nur Minecraft die beste Flüssigkeitsphysik haben ach du schreibst einfach schnell ein Mod ja gibt es schon ein aber ich nicht schreiben ja aber die müsste ich auf dem Server installieren da habe ich keine Lust die sind überall schon in der Höhe oh ich habe es mir jetzt schon im Winter ich bin warte mal ich bin ein Schwein runter schubsen ich sehe dich einfach geradeaus laufen ja du gehst schon ganz richtig ich verstehe nicht weil du keine eisen hast ich fange hier an ihr habt ihr warte ja das ich habe jetzt einmal eisen also nicht eisen redstone ohne ende ich nicht so also jetzt dann habe ich auch fast oder ende aber nicht aber das liegt auch vor allem noch daran dass ich ja alles was ich abbaue noch mal wirklich dreifache wegen meiner schönen fortschritt kann man das jetzt eigentlich vernünftig verzaubern nein das ist immer noch so schön wenden deshalb ja eine xp farm in der end mit ändern und daneben kannst du ganz viele bücher verzaubern und dann kannst du deine sachen so verzaubern wie du willst mit büchern ganz viel level das funktioniert echt gut ist noch mehr clay was brauchst du dann ist ja auch so wichtig immer erst einmal eben kurz die paar schritte ins lager zu machen der da eine halbe kiste zu klauen verstehst du verstehst echt nicht dass wir alles ein idealist ist genau wenn das war dass das lager auch verwendet sind ja ja genau das bin ich nicht er ist post noch 8 und post noch samt abwärts war weiter ich glaube ich habe doch nicht nur einmal alles ins lager gebaut weil ich das letzte stunde jetzt mal nichts zu tun gehabt hätte musst du dir vorderen vorderen let's place also bevor wir aufnehmen immer so mal gucken was du machen willst alles da müsste man sich ja zeit für haben ja habe ich nicht das ist viel arbeit ich gucke ich gucke jede folge schon einmal während ich sie werde ich sie zurechtschneide einmal ganz an und nehmen sie auf und das reicht mir ein bearbeitungsaufwand da muss ich überlege ich mir jetzt nicht doch vor jeder aufnahme genau was in der aufnahme machen das ist nicht genau weil ich mein letztes mal ja heute baue ich ein lager es ging auch zu schnell da muss ich noch bewachen das lager einsortieren das ist für in 1000 folgen eingeplant habe ich mir da schon rot markiert tausende folge lager schön